Wir haben hier ein kleines Gemälde, ca. 50 x 50 Zentimeter groß. Das Bild ist bei einem Workshop für Acrylmalerei im Struktur entstanden und hat sein Dasein in irgendeiner Ecke auf dem Dachboden gefristet. Künstlerisch ist es womöglich nicht der ganz große Wurf, aber das spielte ja keine Rolle. Es sieht nicht schmutzig aus, aber wir wollen das Bild jetzt mit Reatus Nummer 9 säubern und schauen mal, was sich da tut. Zuerst wird es satt eingesprüht. Durch die Struktur vergrößert sich die Oberfläche und kann daher auch ruhig etwas mehr Reinigungsflüssigkeit abbekommen. Das Reatus jetzt schön verteilen. Wie immer nehmen wir dafür ein ganz normales Küchentuch. Durch die Flüssigkeit wird das Papiertuch weich und wenn wir an einem Farbtupfen hängen bleiben, gibt das Tuch nach und beschädigt nicht das Kunstwerk. Na, da kommt auch einiges runter. Kurz einwirken lassen und dann noch einmal nachwischen. Um die Struktur zu bearbeiten, nehme ich die offene Seite von dem Tuch. Die ist flexibler. Und wer viele und tiefe Strukturen hat, kann zum Verteilen auch einen weichen Pinsel nehmen und zum Aufnehmen ein Küchentuch mit der Schere mehrmals einschneiden und hat dann sowas wie ein Fransenmob. Wo es möglich ist, natürlich am besten mit dem Verlauf der Strukturen arbeiten. Also in diesen Vertiefungen hat sich doch mehr angesammelt, als ich gedacht habe. Die werde ich später wohl noch ein zweites Mal reinigen müssen. Aber für das erste soll dieses kleine Beispiel reichen. Ich finde den Unterschied schon jetzt ganz erstaunlich. So, und hier nun der Vergleich. Du bist noch ein zweites Mal personensiv!